Hallo Freunde des gut kultivierten Achterbahnbaus, hier zurück bei Let's Build a Theme Park. Heute kümmern wir uns um die Fertigstellung des Entrance Plaza. Dazu gehört zum einen, dass wir hier dieses grässliche Rot entfernen, das mir inzwischen tierisch auf die Nüsse gegangen ist, um das ganze Gebäude in der Front herum einheitlich in diesem Beige zu gestalten. So, was machen wir hier? Hier bauen wir jetzt ein Mega Kino hin. Ihr seht ja, was wir machen, wir bauen einen Ausgänger unter ihr durch das Kino und sich ein bisschen abgesenkt, sodass es später in die Halle passt, ohne dass wir die Halle nochmal höher bauen müssen. Und das ganze erfordert halt in der Zusammenstellung etwas kompliziertere, würde ich es jetzt mal nennen, Queues, um eben zu gewährleisten, dass alle Kinos gut mit einer Queue verbunden sind. Und dass die Queues auch alle an derselben Stelle rauskommen und unter der Halle liegen letztendlich. Ihr seht ja, dass da so ein kleines bisschen Platzmangel ist hinter dem Kino. So, hier vorne ist dann der Eingang zu dem Kino. Habe ich mir überlegt, wir machen hier in der Mitte dann den Weg runter für den Ausgang, der die ganzen Ausgänge verbindet. Und wir setzen an den wichtigen Punkten Schilder, damit die Leute da unten nicht anfangen Party zu machen, bzw. nicht einmal wieder rauslaufen, weil das Problem ist, dass der Weg direkt auf den Parkausgang zuläuft und wenn wir da jetzt keine Schilder davor gesetzt hätten und nicht eigentlich in der Jede Kurve ein Schild machen, kann es passieren, dass die uns da unten einen Peepjam machen. Und zwar einen, den wir so schnell nicht gelockert bekommen. Zumal wir später durch die großen Gebäude auch die beiden Peepjam-Blocker laufen lassen müssen. Und wenn dann da unten nochmal so eine tote Sackgasse unterirdisch ist, dann ist das extrem kackiges. So, wie ihr vielleicht wisst, haben die 3D-Kinos und RCT drei unterschiedliche Filme, die sie laufen lassen können. Und wir haben jetzt einfach bei jedem Kino, weil wir drei Kinos haben, bei jedem Kino einen anderen Film drin. Das heißt, wir haben zum einen den Kinderfilm, wir haben den, ich nenne es mal den mittleren Film und wir haben den Actionfilm mit drin, sodass da wirklich für jeden was dabei ist. So war zumindest die Überlegung dahinter. So, bevor sich jetzt Leute beschweren, das Bildmaterial, das ihr hier jetzt seht, ist älter als die MC-Ir-D-Work-Folge. Das heißt, wenn ich die beiden Schilder daz-Gleich Magic Cinema nenne, dann hatte ich die Idee in diesem Zeitpunkt zum ersten Mal und habe bei Inselfieber nachgeguckt. Also, ihr habt geklaut. Also, wenn ihr jetzt rumschreit, dass es voll scheiße ist und nicht stinkt und sowas, dann werde ich es gerne bei Inselfieber ändern, aber nicht hier. So, das wollte ich einfach mal gesagt haben. So, da oben diese Röhren rein. Ich weiß nicht, das ist was, das habe ich vor Ewigkeiten mal, ich bin mir nicht sicher, ob es von Jonas oder von Weizenfieber war, angefangen, da oben dann so Röhren reinzupacken, um da mit der Farbe mit reinzubekommen. Habe ich eine ganze Weile lang nicht mehr gemacht, aber hier oben fand ich das jetzt irgendwie wieder passend. Weiß aber auch nicht so genau, warum. Fand es halt irgendwie cool da oben. So, dann da unten noch die Bodentexturen einfärben, dass man eben nicht sieht, dass es, ähm, dass da der, der blanke Boden, nenn ich das mal, drunter ist. Weil um das Ganze, ansonsten müsste ich das Haus wieder komplett abreißen und da drinnen den Boden unsichtbar machen und dann absenken, um da die Bodenplatte drunter zu setzen. Und das ist es, glaube ich, da jetzt einfach nicht wirklich wert. Deswegen denke ich, dass die, ähm, ungefärbten, äh, das ungefärbte Terrain da durchaus ausreichen sollte. So, ein paar Details auf Dach setzen, ein paar, äh, Lüftungsanlagen, was weiß ich, was ist ja ein großes Kino, wir haben drei Kino-Seele, also haben wir drei Lüftungsanlagen, ähm, haben wir über den Eingang eine Lüftungsanlage. Und ja. Das ist jetzt kommt eigentlich ein relativ wieder wichtiger Teil, ähm, und zwar möchte ich so früh wie möglich die ganzen Handwerker, Mechaniker, Animateure, und was weiß ich, was man alles im Park braucht, möchte ich möglichst früh da rein sitzen, weil ich den Park möglichst früh aufmachen möchte. Und wenn man dann wartet, bis, äh, der Park eigentlich so ein fertig ist, und dann alle Handwerker setzt, dann, ähm, ist es, keine Ahnung, sind es zwei Stunden Scheißarbeit und so sind es halt bei fünf Minuten für mich gewesen, wo ich die Kussi, oder zwei Minuten, wo ich die Handwerker da reingesetzt habe, die die Wege zugeteilt habe, ähm, und sie benannt habe und alles. Und wenn man das dann halt später, äh, macht, dann ist es dort das alles deutlich länger. Ich habe mit dem Sicherheitsmann, ähm, ich weiß nicht, ob das im Endeffekt wirklich was bringt, ähm, dass die, die ganzen, äh, Tische und Bänke zerschlagen und zertreten, aber ich fand das irgendwie, ähm, wo ich den halt da haben, vielleicht hilft es ja. Aber keine Geldnöte, da ist jetzt einer, mehr oder weniger, auch nicht so schlimm. Lade so, und so, beide Animateure, die Parkmaskottchen, Tigerboy und Pandagirl, könnten auch Superhelden-Namen sein. Äh, 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 so Müll aber, dass die Leute uns nicht alles voll müllen, dann können wir auch zum, ähm, Handyman's vielleicht ein bisschen Arbeit abnehmen. Nicht, dass die anfangen zu streiken oder so. Wär ja blöd, ne? So, und die, Dinger, wo die, wo die Palmen drin sind, die hab ich in Sand umgefärbt, damit es besser aussieht, weil wenn das dann grün ist, also das normale Gras ist, dann, ähm, sieht es kacke aus, weil die Texturen unter dem Weg ne andere sind, und dann sieht es so total komisch, äh, grau-grün und dann das Ding da außen, das ist, will ich eigentlich nicht. So, jetzt bauen wir die andere Seite der Wall Street. Ähm, erst mal wieder das typische Ding, unsichtbar machen. Sieht im Zeitraffer so ein bisschen merkwürdig aus, muss ich gestehen. Ist aber eigentlich ganz logisch, wenn man das selber macht, eigentlich. So, genau, am Edcast-Trader das Land hochziehen, dann da oben das Ding reinsetzen, das dann über Edcast wieder runter machen, und dann die, die Dummy-Track da drunter. Obwohl sich wir machen, und schwuppdiwupp ist der Weg unsichtbar. Wir haben das Ganze so schnelles auf, ähm, SAD-Zert-Germany hat Johnny ein Tutorial, ein englisches Tutorial, auf Deutsch übersetzt, damit ihr es lesen könnt, und hat da drin, Schritt für Schritt erklärt, was man machen muss. Das Gebäude hier wollte ich ja wieder im Stil vom Eingang halten, weil wir auf der Seite, äh, noch nichts, so kein Gebäude haben, das, dieses Beige halt, und ja, da wolltest du halt eben so eine Information rein, das heißt, wir haben, ähm, die Parkinformationen, die kostenlose Parkwerks verteilt, wenn wir als Hilfestationen und den, äh, Geldautomaten am Eingangsbereich. Das wird am Anfang, denke ich mal, der wichtigste Geldautomaten sein, weil wir den Park jetzt gleich, oder, was heißt jetzt gleich, äh, innerhalb der nächsten Verfolge eröffnet, dann wird da noch nicht viel mehr des Parks begehbar sein, bis auf diesen Eingangsbereich. Wer dann guckt, dass ich so zwei, drei, vier, fünf coole Attraktion, ähm, zum Laufen bringen bis dahin. Und dann ist der Geldautomaten relativ wichtig, damit die Leute eben nicht nach fünf Minuten den Park wieder verlassen müssen, weil sie kein Geld mehr haben. Wir wollen sie ja quasi ausbeuten, wenn man das so sagen darf. So was wir jetzt machen, wir bauen jetzt eine Eisdiele. Das habe ich mir überlegt, ähm, dass man da Sitze draußen hat, das sind jetzt die, jetzt noch freien Stellen, die keine besondere Bodentextur haben. Da werden Stühle hingebaut, und die Stellen, wo jetzt die gekachelte Bodentextur ist, da werden dann im Gebäude drin nochmal Stücke gebaut. Die sind dann zwar sozusagen nicht peopleable, das heißt, die Leute können sich da nicht draufsetzen, ähm, weil sie da gar nicht hinkommen, aber es sieht eben ziemlich cool aus. So, die Tische da rein, und jetzt kommen wir dann zu dem Punkt, wo ich, genau, das wird den unsichtbar machen. Was auch ein Tipp von mir ist, wenn ihr Wege unsichtbar macht, oder wenn ihr generell NCSO-Sachen unsichtbar machen müsst, dann ist dieser Trick eigentlich der, äh, geläufigste und der, der am besten funktioniert. Allerdings wird es dann in der Luft relativ schnell unübersichtlich, wenn da die ganze Zeit das Zeug rumfliegt, diese, diese Teile. Das heißt, macht euch vorher eine Legende, keine Ahnung, schreibt euch auf, oder merkt euch einfach, äh, welche Farbe was ist, damit ihr später, wenn ihr, ähm, im Park rumfliegt, weil es gibt dann irgendwann mal Punkte, wo man sagen kann, okay, der Teil vom Park ist abgeschlossen, ich kann jetzt die und die Sachen löschen. Und dann ist es scheiße, wenn ihr das Falsche löscht. Das heißt, ähm, merkt euch was das ist und markiert euch das, macht die unterschiedliche Farben. Grün für die Eingänge, Rot für die Ausgänge, Braun für die Fußwege, Schwarz für Treppen, irgendwie sowas in die Richtung. Einfach, dass ihr immer wisst, was ihr da jetzt gerade vor euch habt und was ihr da jetzt gerade löscht und zu was es denn gehört. Ähm, das ist mir nämlich im Märchenpark so ergangen, dass ich da auch so sehen falsche Sachen gelöscht habe und dann Safe Games neu laden musste, weil ich auf einmal die Station von irgendwas nicht mehr bauen konnte und das ist, das ist nervig, deswegen, ähm, macht euch da eine, vorher eine Legende, eine einheitliche, Ding, dass das alles schön übersichtlich ist für euch, das hilft euch dann beim Bauen. Das war mir dann, also das mit diesen, mit diesen Gittern, die ich jetzt gerade wieder gemacht habe, das war mir dann im Endeffekt doch zu viel, ähm, deswegen habe ich die wieder weg gemacht, aber diese Holzstäbe kann man da denke ich mal ganz gut lassen. Und dann habe ich mir dann überlegt, wie ich das mit dem, mit dem Gebäude gescheit machen kann. Damit es nach was aussieht. Weil, ähm, ich muss dazu sagen, dass ich den Part des Parks schon mal gebaut habe, allerdings ist mir das Safe Game dabei irgendwie total kaputt gegangen, also niemand auf dieser Welt kann dieses Safe Game erladen, obwohl ich das Ganze mal abgespeichert habe. Ähm, und da hatte ich das Ganze komplett als Glaskasten gebaut und es hat, muss ich gestehen, nicht wirklich gut gefallen. Deswegen habe ich da jetzt was anderes probiert, aber das gefällt mir auch noch nicht so 100%. Deswegen wird es wahrscheinlich früher oder später auch, ähm, nochmal weichen müssen. Für etwas anderes. Also was heißt für etwas anderes, halt für eine andere, äh, Konstruktion. Oder ein anderes Gebäude, dass das Gebäude besser aussieht im Nachhinein. So, jetzt kommt wieder die, das schöne Umbenennen. Ice Cream Entrance Plaza, Ice Cream Entrance Plaza. Das ist also eine schöne, 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 eine schöne, hübsche Eisdiele, wo man draußen sitzen kann und dem Treiben im Park zuguckt, ohne sich dabei irgendwie belästigt zu fühlen. Und obwohl vielleicht fühlt man sich auch belästigt, wer weiß. So, jetzt bauen wir aber zuerst mal die Rückseite der Hallen. Ähm, und es war fertig zu machen. Hübsch. So, jetzt kommt der Teil, wo es an die ersten Dummy Tracks, äh, Dummy Paths, die, weißt du, wie den Scheiß heißen soll, ähm, der, der Teil des Fußwegs, der letztendlich die Notausgänger darstellt. Ähm, die Piep Jam Blocker, die Piep Jam Blocker, jetzt habe ich den Namen. Die Piep Jam Blocker sind im Prinzip, äh, ich nenne es jetzt mal, Schnellstraßen, die unterirdisch verlaufen, meist, damit man sie vom Park aus nicht, damit man sie nicht sieht, weil sie da eigentlich, eigentlich gehören, die gehen nicht wirklich zum Park. Das ist halt so ein Trick, den man, ähm, anwendet, die man sozusagen unsichtbare Fußwege baut, die die Pieps, wenn sie denn an Stellen, die Piep Jams hervorrufen, ableiten kann, damit sie von da aus, äh, ja, an die Stellen kommen, wo sie, äh, hinwollt, sozusagen. Das ist, im Prinzip ist euch das Vorstellung wie ein Verkehrsleitsystem. Ihr habt irgendwo an der Stelle, wo Stau ist, und dann kommt jemand, da macht den Standstreifen noch zu der nächsten Spur und dann funktioniert es wieder irgendwie sowas in die Richtung. Ähm, das ist halt einfach eine unterirdische Straße, die von den, kritischen Punkten im Park aus direkt zugänglich ist. Das heißt, wenn jetzt irgendwo ein Piep Jam ist, baue ich da nebendran ein Gebäude, baue in dieses Gebäude eine Treppe, das nach unten führt, und dann können die Leute aus dem Piep Jam diese Treppe runterlaufen und werden dann auf einem Weg zu dieser, ich hätte es jetzt mal, Schnellstraße gebracht, auf direktem Weg, am besten so gerade wie möglich. Dort gehen sie dann auf die Schnellstraße, werden von, in eine Richtung geleitet mit Schildern und zwar in Richtung Ausgang und fahren dann auf dieser unterirdischen Schnellstraße bis in eines von diesen beiden Gebäuden hinein, je nachdem auf welcher sie kommen, um dann direkt vor dem Parkausgang gelostet zu werden, weil die meisten Piep Jams entstehen dadurch, dass Leute den Ausgang nicht finden oder dass Leute irgendwelche speziellen Attraktionen nicht finden. Und wenn man dann so einen Piep Jam Blocker da reinbaut, dann rutschen die einfach bis zum Ausgang und gehen direkt aus dem Park raus, weil die da meistens so lange in diesem Piep Jam rumgelaufen sind oder nicht finden, was sie finden wollen, dass sie keinen Bock mehr haben. So, jetzt habe ich die Zeit totgequatscht mit diesem scheiß Piep Jam Blockern. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und für alle, die bis jetzt noch nicht abgeschaltet haben, habe ich vielleicht noch was. Und zwar möchte ich diesen Park mit eurer Hilfe bauen. Das bedeutet, ihr könnt mir in die Kommentare schreiben, wenn ihr irgendwelche Ideen habt. Seien es Ideen für Themengebiete in dem Park und da hätte ich jetzt gerne mal ausgefallene Sachen nicht Piraten, Mittelalter, Steinzeit, was weiß ich was. Irgendwas ausgefallen ist. Wenn ihr irgendein Buch habt, das ihr unbedingt als Themenbereich haben wollt, wenn ihr irgendeinen Film habt, wenn ihr Serie, was weiß ich, Hingespinst, eigene Ideen, Computerspiele, wenn ihr da irgendwas habt, was ihr unbedingt mal in einem Freizeitpark als Themenbereich haben wollt, schreibt mir das bitte in die Kommentare. Wenn ihr irgendwelche Coaster haben wollt, wenn ihr sagt, oh geil, ich will unbedingt den und den Coaster, schreibt mir das bitte in die Kommentare. Aber wir können nur Coaster aus dem Standardspiel verwenden und Coaster, die ich jetzt auch in der Flat drin habe. Ich werde das beim nächsten Mal nochmal, obwohl ich blende es einfach hier jetzt eine Liste ein mit den ganzen Coaster-Namen. Eine von den Coaster könnt ihr euch aussuchen. Oder alle von denen, die da sind, könnt ihr euch aussuchen und da irgendwie spezielle Wünsche äußern. Allerdings gibt es folgende Regeln, damit das Ganze nicht ausartet. Und zwar ein Kommentar pro Nase, also ein Kommentar, ihr dürft einen Kommentar mit einem Wunsch abgeben unter jeder Folge. Das heißt, keine zwei Kommentare unter einer Folge, keine drei Kommentare unter einer Folge und auch keine zehn Kommentare unter einer Folge. Eine Idee, ein Vorschlag pro Folge. Okay, habe ich mich klar und deutlich ausgedrückt. Wer dagegen verstößt, wird sozusagen disqualifiziert. Das muss ich jetzt gar nicht einfach so machen, weil ich sonst, ich habe die Menschen, die genau das machen, die 20 Ideen unter jede Folge posten und zwar immer dieselben 20 Ideen. Das bedeutet allerdings auch, ich werde nach jeder Folge, ich lese die Kommentare sowieso, dann gucke ich mir die Ideen an und wenn ich dann eine Idee finde, die mir gut gefällt, die ich einbauen möchte, werde ich diese Idee in der nächsten Folge nennen. Wessen Idee nicht genannt wurde, bedeutet, dass ich die Idee nicht für gut genug für diesen Park empfunden habe und wenn ihr die Idee dann nochmal postet, dann seid ihr genauso disqualifiziert. Okay? Ganz einfach. Das wollte ich jetzt loswerden. Wir sehen uns beim nächsten Mal, haut in die Tasten, bis dahin, tschüss. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin.